Das B kann man nicht sagen, das W kann man nicht sagen und das P kann man nicht sagen. An die Buchstaben musst du denken, Schatz. Bist du bereit? Ja, das ist gut. Der Kakaagei hat... hat... Lies mal weiter. Wie ein R. Der Kakaagei... hat... Der Kakaagei vorzt wie ein R. Wie ein... Der Kakaagei vorzt wie ein R? R! Bär! Ne... Ne... Keine... Lass... Ne... Keine... Lass... Lass... und... Kein Blatt von dem Mund. Kein Blatt von dem Mund. Der Richter will was raten. Der Richter will was raten. Der... Elchkaffee... muss raten. Der Kaffee ist verraten. Der... Elchkaffee... Der Milchkaffee. Hä? Muss raten. Muss warten. Der Kaffee ist verraten. Willst du ernsthaft? Ja! Stopp! Der Kaffee ist doch wohl gut. Reicht! Okay, als Action! Die Schäfchenreiter... Die Schäfchenreiter... Heike... Leicht! Die Schäfchenreiter... Leicht! Die Schäfchenreiter... Die Schäfchenreiter... Die Schäfchenreiter... Reike! 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 Der Hesehenn... Höh... Höh... Frösche... Frösche habe ich verstanden. Der Hesehenn... Der Hesehenn... Der... Höhse... 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 Der Böse... Henn... Der Höhse... Sven... Henn... Stopp! Der Böse Ben fritiert fünf Frösche. Frösche habe ich verstanden. Ja... Da könntest du verstanden. Das war schon mal nicht... Ist das... Oh Gott... Das stimmt doch mit der nicht. Was bitte? Das stimmt doch mit der nicht. Also für die schöne gerade Zähne... Guck mal, ja? Für beide gerade... Schöne gelächte Zähne. So Kinder... Seid ihr bereit? Das erinnert mich an den einen Snatchett-Hilder. Für nur die großen Augen. Äh Hause... Bernd es. Hört... Hört... Okay... Büffel baden im warmen Wasser im warmen Wasser im warmen Wasser der Nockl ist magnetisch ritt auf die Scheiße ritt und der rein auf stopp das kriegen wir ne rittpump den Ball auf wir kriegen nur das was die beiden ablehnen gut warte 16 ich muss mal kurz nachzählen wir haben 16 guck mal ein mein Bruder meine Bruder sind auf dem Mars mein Bruder ist Karl Marx mein Bruder ist Karl Zahnarzt ist A vom Mars Viechen spricht immer mit den Augen dazu das finde ich niedlich die gehen immer aus jetzt krieg ich immer so beteilig bereit und action Waldmeister ist kein Rrrr Waldmeister ist kein Gemüse Beruf 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 Nichts genaueres Weiß man nicht Nichts genaueres Weiß man nicht Nichts genaueres weiß man nicht Teenager Glucksen 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 Glitzend Glitzend Glucksen 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 vor Vergnügen Das war's, zweit um Oh, das war jetzt niedlich! Uh! Glitzen! Glitzen! Du hast dich nie gesagt! Jetzt war ich! Jürgen! Uh! Ach so? Wir haben aufgeholt. Ari, ich glaube ihr seid immer noch vorne. Das hilft? Nein! Nein! Ist ihr bereit? Ja, ich hoffe es. Die Fliege Die Fliege Schuppt aus Lüren Die Fliege Schluckt Schluckt? Spuckt! Aus Lürenbeet Glühwein Lürenbeet Ah! Spuckt aufs Blumenbeet! Ja! Der Der Hauer pflückt Pflaumen Der irgendwas pflückt Frauen Der Hauer Hauer pflückt Pflaumen Der bla 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 pflückt Pflaumen Der Hauer 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 Der Hauer Der Hauer Sire B geht nicht B kriegst du nicht raus Glotte Hauer 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 So! Hauer Hauer Worte In der Hauer Hüch sind zu viele Feiden In der Hüch sind zu viele Feiden Der Eikäfer hat eine Federohra Der Eikäfer hat eine Federohra 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 parking Eikäfer 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 Vida Eikäfer 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 D Tu Bad Dé FDP Lackernes Flackenluss Funzellicht Flackenluss Funzellicht Ein Ha-Hie ist Kohl-Hau Ein Ha-Hie Ein Ha-Hie Ein Ha-Hie Ha-Hie Ein Ha-Hie Ach so, was war das andere? Willkommen beim Peperoni Festival Willkommen genau Willkommen immer! Willkommen immer! Peperoni Festival Ok, reicht? Ja Montag klingelt die Kasse Montag klingelt die Kasse Ich begutachte meinen Hauchnachel Ich begutachte meinen Hauchnachel Ich begutachte meinen Bauchnachel Ja Der Computer Der Computer ist eine Fehlkonstriktion Der Computer ist eine Fehlkonstriktion Oma macht eine Hütterfahrt macht eine Hütterfahrt eine irgendeine Fahrt Hütter Busserfahrt Hütterfahrt Nein Knutscht auf jeden Fall Der Hüdel knutschenden Hüdel knutschenden Hüdel knutschenden Hüdel knutschenden Hüdel knutschenden Mops So, das hättet ihr Das werde ich jetzt Bereit, breit Nein Warte Darf ich Ihnen jetzt erst mal dächtigen? Nö, jetzt Oh scheiße Der Wackelpudding Der Wackelpudding Beäugt Beäugt Die Die Wassermelone Die Wassermelone Ja Rauts Was? Rauts 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 Wie ist man dir das? Rohren nicht im Winter Irgendwas nicht im Winter Genau Rohren nicht im Winter Rohren Rauts 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 Stoß Rauts Mammuts Rohren 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 nicht im Winter Neun Flaschen fliegen zur Venus Neun Flaschen fliegen zur Venus Ende Rauts 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 Glühende Blumen! Heuer! Und? Heuer! Kaffee! Bolle! Ja! Finanz... Finanzminister? Finanzminister? Gegen Kleinanleger! Gegen Kleinanleger? Stopp! Vorbei! Das war klar! Ist er bereit? Zweifelhafte Zillinge Naschen Buttercrählen! Zweifelhafte Zillinge Naschen Buttercrählen! Das war gut! Hüllehlein auch finden die Art Hüllehlein... Aaaaaaahhhhhhhhh... Stopp! Wie nehmte Neuse? Hehehehe Es wäre Möhm und Nauer finden wertvolle Mumie gewesen! Das wäre aber schwer gewesen. Ich hab schon die Haken, die ist raus, die verletzt ist. Waffeln sind nichts für... Oh, was sind nichts für... Waffeln! Waffeln! Sind nichts für... Sind nichts für... Aure... Froll... Aure... Maul... Sperren... Hörfe... Hörfe... Maulwerfer... Hörfe... Maulhörfe... Maulhörsche... Aure... Maulwörfer... Maulwörfer... Ja! Ich will einen frischen Begel! Ich will einen frischen Begel! Ich will einen frischen Begel! Ende! Ende! Aber gut! War gut! Ich kann es nicht weg und... Das ist mit dem Maul! Das war gut! Das war eine spitze! Das war schön! Vor allem für Maulwerfer! Ich kann es mir so... Ich probiere es doch dann zumindest! Ja! 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 Was? Ja, dann... Oh nein! реально! Dann ne falschen! Das ist wasste jetzt! Bevorzugen. Bevorzugen. Handelgebäck. Handel. Mandelgebäck. Ja. Vegetarische Würstchen. Vegetarische Würstchen. Fürchten sich vor der Bratwanne. Vegetarische Würstchen fürchten sich vor der Bratwanne. Ja. Piloten fliegen um die Wette. Piloten fliegen um die Wette. Helgische Waffeln. Helgische Waffeln. Begeistern viele Franzosen. Begeistern viele Franzosen. Ja. Missverstandene Vampire sind... Ende. Sind eine Freude. Missverstandene Blablabla sind Vampire. Das hast du geschafft. Wir haben das geschafft jetzt alle. Ach ja? Ja klar. Grüß kurz. Nee. Doch. Fertig? Nein. Jetzt? Oh. Welten. 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 Hören. Hören. Weinen. Weinen. Hören. Anderes Wort für weinen. Hören. Klären. Hören. Heulen. Nee. Hören. 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 Höhren. Auch hier hat es! Der Höhren. Ja. Der Hobbyjäger. Der Hobbyjäger. Wer gut achtet seine Räder. Der Hobbyjäger begutachtet sein Räderly. Der Hobbyjäger. Der Hobbyjäger. Der Hobbyjäger. Bodybuilder. Ja. Im Hükshau. Da steht Essen auf Rädern. Morgen wüsste ich Essen auf Rädern. Oh, das will ich noch erklären. Im Fuchsbau... Im Fuchsbau? Du wüsstest Essen auf Hörtichitzer. Du wüsstest Essen auf Hörtichitzer. Das geht aber nicht mehr. Aber es war niedlich, das war niedlich. Halt? Reicht. Bereit hat er mich gefragt, Mann. Achso. Ich hab wahrscheinlich gereicht. Irgendwie sag ich rechts mehr als links. Ich sitze hier gegenüber. Ich sehe es auf jeden Fall. Das wird nicht mehr... Okay. Okay, und los. Winterfurze verursachen Hörhöhwinde. Winterfurze? Verursachen Hörhöhwinde. Verursachen irgendwas mit Rinder. Wirbelwinde. Wirbelwinde. Ja. Hüde. Blusenknöpfe. Fallen in die Vorspeise. Blablabla fallen in die Vorspeise. Hüde. Müde. Blusenknöpfe. Blusenknöpfe fallen in die Vorspeise. Fußballfans pfeifen aus Spielverlängerung. Pfeifen aus. Fußballfans. Fußballfans pfeifen aus. Auf. Auf. Spielverlängerung. 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 Ah, Spielverlängerung. Ja. Ende. Stopp. Das geht ja nicht mehr, ey süß. So. Let's see more. Wait.